Moin moin und herzlich willkommen zur Fortsetzung in der ersten Folge habe ich schon mal so ein bisschen die ersten zehn gezeigt und wir sind gerade so ein bisschen dabei in der Trainingshalle hier zu stehen wo ich mich gerade optisch verändert habe und wir machen mal weiter so practice for a little while on these tin cans you can leave once your training is complete and don't worry one bit it's working almost forgot you can change your appearance at any time just talk to kinta our stylist well that's about it if you need me you always know where to find me and her it is and she'll be waiting for you in the divine observatory so wo sind die Dosen weak preachers like to stick together your best bet is to use area of effects skills against them führer eingeladen irgendwo aus in dem du längere zeit die rechte maustaste drückst ok denn oh gott das soll ich mir alles merken das krieg doch nicht gebacken erledige den feind indem du die taste e drückst sobald der hinweis eingebettet wird joa ich fang mal an das habe ich gar nicht mit e oh gott was war das denn das ging aber ein bisschen schnell hin das ging aber ein bisschen schnell hin das ging aber ein bisschen schnell hin jetzt konnte ich das aber so schnell nicht lesen und auf englisch habe ich dich schon mal gar nicht verstanden das war so aus als wenn er irgendwas aufgeladen hat ganz klar komme ich mit dem hier nachher ich habe keine ahnung wo der dicht ist jetzt sind wir zuerst jetzt sind wir zuerst oh das war oh je achso ich musste eben space drücken das habe ich ein bisschen spät gesehen ok ja hä achso ok 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 um ok ok das war schon okay also das meiste lernt man ja eh also so war ich zumindest learning by doing also ich hätte jetzt gesagt ich muss hier ach so ich muss lehrtasse drücken ich dachte ich muss man muss durchlaufen fehler anmeldung durch server deaktiviert ja das ist doch schon mal nett also entweder ist das server überlastet oder das ist schon mal ein guter einstieg in die zweite runde bin mir da gerade nicht so sicher ja nachdem ich beim letzten mal irgendwie ziemlich schnell ausgeschmissen wurde stehe ich mit mal hier oben und es geht erst mal keine ahnung was war ich soll erstmal auf jeden fall zu der herten gehen also hier tummeln sich auf jeden fall schon mal mehrere spieler rum das war eben noch eigentlich alles relativ entspannt also ich denke mal hier geht das dann nachher hauptsächlich rund so ja 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 das ist ja ein modernes gerät ja okay das habe ich mir mal unten durchgelesen ich bin jetzt normalerweise nicht so ein story mode spieler ich muss mir jetzt nicht alle quests so genau durchlesen also zumindest zu meinen world of warcraft zeiten war es so ja Es ist Zeit für Sie zu lernen, über die Mission der Aelion Gottes zu lernen. Kommt näher an das Modell des Planeten. Hörst du, hörst du das? Millionen von Vollen kenne uns um Hilfe, die uns um sie zu retten. Hier, in der Observatoren. Seine Bühne erreichen unsere Ohren. Wir sind Götz, aber nicht alle. Gebeten, ja, siehst du. Jo. Wir helfen doch gerne. So, ich soll mich auf jeden Fall irgendwie erstmal umschauen. Ah, okay, also. Wir sollen ein... eine Mission, ein Abenteuer starten. Das... Achso, ich muss wahrscheinlich... so machen. Erste Kampfmission. Hehehe. Hier, ich möchte woanders hin. Na, ich mach mal das. Jo, dann haben wir noch geschlagen auf der Insel. Dann hat man einen versteckt, der wird's gefunden. Bitte hilf ihn. Na klar. Mal gucken, wie lange dieses Abenteuer gehen wird. Soll wohl möglich sein, halt einzelne, kleinere Quests zu machen, aber auch Gruppenquests, also riesige Szenarien. Und, äh, ja, bin mal gespannt. Ich spreche mal mit dem... Bär, der da steht. Nein, nein, alles gut. Wie ist der Plan? Alles klar. Alles klar. Ein Logo. Okay, das war eine krasse Stimme. Aber gut. Hat die das hier mal in Ruhe? Ich denke, der Weg ist ja ziemlich klar. Die machen wir erstmal eher lang, die Jungs. Achso, ich kann ja... Die Geschichte. Ich brauche ja gar nicht mehr nahe rangehen. Ich denke mal auf... Hätte ich gar nicht mal unbedingt angreifen brauchen. Die spawnen hier, glaube ich, einfach nur sehr schnell. Aber es gibt nichts zu looten, oder? Hä? Achso, regeneriert die Leben, oder? Whatever. Ich geh mal hier in die Straße lang. Oh, spawnen. Sehr schön. Also nicht so viel nach hinten bewegen. Hier gab es gerade eine Belohnung. Sehr schön. Na gut. Die habe ich noch nicht gekriegt. Auslöschung der... Ich muss erstmal gucken, dass ich hier nicht irgendwie was verpasse. Muss ich den platt machen? Kann das sein? Der eine sah ja ein bisschen aus wie so ein kleiner Boss. Ich warte mal auf den Respawn und guck mal, ob ich denn... Der sieht dann ein bisschen stärker aus. Nee. Nee. War nicht. Okay, das war mein Special Move. Aber hier gibt es auch keinen Loot. Okay, hier zeigt er mir nur die Fackeln an. Obwohl, das werden die Ziele sein. Das sind Lichter, gefährliche Kreaturen. Ah. Alles klar. Ich muss diese Ritualfackeln auf jeden Fall verwenden. 40 Prozent. Genau. Und sonst würde ich sagen, laufe ich jetzt irgendwie erstmal einfach weiter. Weiter ist die nächste. Entspannend, ne? Ich glaube, ich muss mich gar nicht so viel bewegen, ne? Ich glaube, das mache ich nur noch ein Baton-Feel gerade. Gefährliche Kreaturen. Boah, es sind so viele Quests auf einmal, finde ich. Oh, ich habe hier ein bisschen Unterstützung gerade. Judy, dann haben wir auch mal so eine Höhle hier geschlossen. Hm. Ach, Mann. Bin ich doch. Oh, macht ja nichts. Achso, ich muss leer. Alles klar. Was? Greif mich eine Hand. Guck. So. Da ist noch so eine Höhle. Easy. So, die Höhlen haben wir alle zerstört. Mal, wenn ich wieder auf eine Map gucke. Okay. Das scheint auf jeden Fall nicht super. Mal, komm, machen wir правильно. Das needs Imp便har訣 Pumper. Erkindest ups. Elester hingelegt. Okay. Das ist so wichtig. Warum das? Ach, nee, das ist auch nicht mein Inventar. Das mache ich mal in Ruhe, mit dem Aufsetzen und so. Kann sein, dass ich das gerade irgendwie schon gemacht habe, aber dann habe ich es nicht so richtig gecheckt. So, ich muss... Auslöschung der Würze habe ich eins von vier. Rücke die Tasse E, um die auswärtige Beschreibung von Fähigkeiten zu sehen. Aber das machen wir halt noch. Achso, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe da unten so eine kleine Minimap. Ich habe das wahrscheinlich schon längst gesehen. Daran erkennt man auch ganz gut die Gegner. Und natürlich auch die Mitspieler oder zumindest die Gutgesinnten. So, dann gehen wir noch mal kurz auf I. Kann ich hier irgendwas verbessern? Nö. Achso, das sind die... Fügt allen Fein in. Okay, wo braucht man? Aha. So, der Ice Mage ist das hier so ein bisschen. Alles klar. Ja, sorry, wenn ich das zu viel mit World of Warcraft vergleiche. Aber das ist ja nun mal irgendwie Stand aller Dinge. Mal gucken, ob ich hier den Boss... Ob das was bringt, wenn ich den mit angreife. Hat das irgendwas... Ja. Das hat was gebracht. So, wieder Ring der Tapferkeit. Naja, siehst du. Ähm, irgendwie... Also, Arsfresser muss ich auf jeden Fall noch irgendwie noch erledigen. Mal gucken, ob es egal ist welche. Ja. Es ist egal welche. So, dann haben wir zwei von vier Aufgaben erledigt. Um den Ring aufzustellen, öffne deine Ausschuss. Ach, mit P. Mit P. Die Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade so gut stehe. So, Ring. Er zeigt mir aber nicht an, was ich in meinen Mütten habe. Oder wie sehe ich das irgendwie gerade? Ich muss das anklicken. Okay. Kann zerlegt werden. Kühnheit. Glück. Aha. Stärke. Stärke vermute ich mal. Da ich irgendwie so ein Magier bin. Brauche ich das nicht unbedingt. Ja, da ich irgendwie erstmal gar keinen anderen habe, nehme ich den einfach erstmal. Kann ja nicht schaden. So, die sind hier irgendwie nicht besetzbar. Neue Kräfte. Drücke ich das E um die ausführlichen Beschreibungen. Gut, das hatte ich gerade schon mal gemacht. Also ich habe hier irgendwie diesen Eiskomet dazu bekommen. Wenn hier, ich würde behaupten, wenn hier so eine Ausrufezeit steht, dann kann ich da bestimmt noch irgendwie was verbessern, oder? Oh, werde ich angewürfen? Ne. Soll so aus. Ich habe gedacht, der zoomt irgendwie ran. Ähm, okay. Tasche. Aha. Sehr spannend. Ja, also es hat auf jeden Fall ziemlich viel... ...möglichkeiten in das Spiel. Also es ist immer noch ein Ausrufezeichen. Irgendwas fällt jetzt nicht aufgestanden. Einfach mal spaßensalber alle durchgelegt. Also ich könnte hier währenddessen... Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Das finde ich richtig cool. Dass man auch Klassen wechseln kann. Also ich könnte jetzt hier irgendwie was weiß ich auf einen Supporter wechseln. Gucken. Dann macht er sich kurz schick. Tada. Und bin Supporter. Ja, ich hoffe irgendwie, das kostet keine Punkte. Oder so. Aber ich bleibe erstmal bei dem Damage-Dealer. Dass ich irgendwie erstmal mit einer Klasse klarkomme. Und ja. Soll ich helfen? Ja, siehst du? Einmal raufgehauen. Wenn nicht, der noch. Ja, mich würde mal interessieren... Achso, irgendeine Belohnung. Ja, Kali-Punkte. Schadet bestimmt nicht. Ob ich jetzt einfach nur zurücklaufen muss? Schließlich die Quest auf der Insel. Danke. Ab. Meine Kräfte. Also ich glaube, ich bin durch, oder? Darf ich jetzt einfach auszuschauen, wenn wird's. Äh, ja. Greife ich jetzt noch irgendwelche an? Irgendwas? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich bin irgendwie durch, oder? Ich nutze meine Spezialfähigkeit noch zu wenig. Wieso zeigt er mir die Quests jetzt nicht mehr an? Das krieg ich doch nie gerafft, wenn ich nicht... Achso, ich muss in die... Okay. Ich laufe jetzt einfach mal gucken, ob die... Ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich muss hier zu den Punkten, die mir angezeigt werden. So. Ah. Aber da war ich doch gerade. Hab ich's doch nicht verstanden. Nimm's. Habe ich das nicht vorhin gemacht? Weil da hinten zeigt er mir ja nichts mehr an auf der Map. Ne. Ist hier irgendwo noch ein... Vieh-Eck. Ne. Nur noch da. Das Battlefield-Vieh-Eck hier. So. Hä? Vier Meter. Zwei Meter. Nein! Wie kann ich die Quest bennen? Den muss ich ja nicht machen. Den hatte ich ja schon. Oder muss ich einfach noch welche töten? Ich hab jetzt 96%... Okay, alles klar. Ich muss die Lütten noch platt machen. Das ist, glaube ich, das Problem. Jetzt hab ich alles fertig. Die waren jetzt nochmal frisch hier, die Jungs. Das klingt richtig hoch, genau. So. Wertgegenstände. Jawohl. Kann mir bestimmt nicht schaden. Geh jetzt zurück zum Speer. Ja, das war das erste kleine Abenteuer, was ich gespielt hab. Ja, ganz nett. Also wie so eine Startinsel halt ist. Wie gesagt, nochmal sorry. Ich werde es immer irgendwie mit WoW vergleichen. Und wir schauen uns nochmal an. Das gibt doch bestimmt doch gleich nochmal eine kleine Belohnung. Ja, sehr gerne. Na, das würde ich sehen. Aber ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwie noch so eine Endsequenz. Nein, eine Belohnung. Was ist das denn? Keine Ahnung. Partikel der Meisterschaft. Waffen- und Funkset. Drück dieser Behörung und klick doppelt auf das Symbol des Waffensets. Na, das machen wir doppelt. Okay, einige gesperrte Waffen. Das Teil der Kälte kann sich verliegt werden. Einfluss. Ja, das klingt interessant. Bisschen wenig Taschenplätze. Aber man kann die ja nochmal freischalten. Dafür braucht man Credits. Die Geschichte. Achso, das war ja das hier mit dem... Okay, und so kann ich die... So kann ich die aufteilen. Alles klar. So. Hä? Also... Die Maus sieht so aus... Ach, Shift. Die hab ich vergessen. Ah. Ah, so kann ich's denn aufteilen. Alles klar. So, und die anderen sind einfach wahrscheinlich nicht für die Klasse. Genau. Also, ich hab hier jetzt für jede Klasse irgendwie erstmal was bekommen. Sehr cool. Weiß ich nicht, ob man die anderen verkaufen kann. Ob das überhaupt sinnvoll ist, die zu verkaufen. Keine Ahnung. Und, äh, okay. Hier unten seh ich meine Credits. Ich hab 5.779. Also noch ein bisschen wenig, um meine Plätze zu erweitern. Und das wird ja echt mal schweineteuer, oder? Naja, also. Ich, äh, will das auf jeden Fall nochmal anlegen. Öffne deine Ausdruckstab, klicke das Waffenfeld und dann die Waffe selbst an. Perfekt. Now return to Aelanar. I have something to tell you. Oh ja. Wir sind schon ganz gespannt. Ähm, das werden wir aber in der nächsten Folge sehen. Was die junge Dame uns zu sagen hat. Bis dahin, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ich freu mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr mir mal die Meinung zu dem Spiel sagt. Ob ihr sagt, Mensch, wenn es ein Open Beta wird, oder wenn das Spiel fertig wird. Ob ihr euch vorstellen könnt, das zu kaufen. Wir haben bisher noch einen relativ kleinen Einblick. Ich find's super umfassend, das Spiel. Ähm, also ich ralle hier noch nicht unbedingt alles. Und ja, freu mich über eure Kommentare. Also, bis bald. Euer Gonchi. Ciao. Ciao. Ciao.